Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Space Engineers mit dem Phil Was geht's up Leute? Ich bin so... wie heißen die Tänzer der da rumsprüngen, so irrational La 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 la... Oh... festhängend gut Ich mach mal mal kurz ein Prozess hier ich meine, Metall ist voll doch nix mit kurzem Prozess ja, kurze 15 hat nicht geklappt Ich muss mich mal aufladen. Wie heißt das Ding denn? Ein Bohr. Bohrkopf. Ein Bohrkopf, du Dummkopf. Dummkopf, eh Bohren. Bohren in dein Kopf, eh. Du Opfer. Du Ofer, eh. Ofer. Du Ofer. Stahlblatt ist Stahlrohr. Schau mal, was ich noch hab. Hey, hör auf, das war doch schon der Bohrer. Ich dachte, ich schweiß ein falsches Gerät in der Hand gehabt. Jetzt hab ich nicht mehr genug Sachen, um den Bohrer einzubauen. Ja, da haben wir einen Bohren, muss aufkloppen. Oder? Warte mal. Sie sind mit der Außen an sich, da hab ich nicht gesehen. Was brauchst du einen Bohrer, oder wie? Hab ich schon dran jetzt. Jetzt kann ich schweißen. Stahlrohr, klein fehlt mir noch, sonst hab ich alles. Fällt mir auch, ich hol zwei Stück. Warte. Mach mal schon da. Wie, wo aus hier? Aus einem, äh, Dings raus. Ah. Hier raus, klar. Zack. Wunderbohr. Eigentlich. Könnte es links und rechts noch einen ran klatschen. So, dann werde ich einen Treierbohrn. Ja, aber von der Breite her, du müsstest einen Platz lassen zwischen, glaub ich, ne? Wie soll das denn gehen? Dann muss ich testen, ob daneben hinsetzen kannst, keine Ahnung. Äh. Und die Stahlrohr klein wieder. Ob die sich nicht gegenseitig kaputt machen? Das siehst du, wenn sie anschaltest. Ach du Scheiße. Bin der Bohrer, Mann. Ich fange zu Bohren an. Wenn wir jetzt mal testen. Na ja, schaut doch fast aus, als würden sie sich die gegenseitig kaputt machen, gell? Warte mal, der eine ist zu weit hinten. Dann bau mir ab. Wo ist er denn richtig? Na, wobei einer Mal wird, dass sie gar nicht bauen können, wenn sie sich gegenseitig zerstören. So. So. Jetzt muss das einschauen. und ich habe noch Böhrer an aus noch alle dran setzen es muss noch alle Böhrer dran machen für an aus ich bin nicht in die da war eine Gruppe machen na ja das wird gleich ratsch ratsch gehen nicht alle kaputt einmal Gruppe in die Böhrer aber wieso kann ich nicht los mehr Gas mit Schwung aber Military Escort ich auf dem Weg nach 2 zu der Gäste Flatsch und alles wird fliegen oder 2,3 und 5 Prozent Blockgruppe oder wenn ich jetzt als Blockruppe unten rein setzen ja da muss auf der linken Seite eine Ausgruppe auswählen Linker 1000 Gruppe und so und dann muss ich an aus und alle Blöcke in einem Brommer noch den aus jetzt schalten wir ein dass noch überhaupt geht oder ob kaputt wird ne geht scheint zu funktionieren ich bin gleich tot aber Röden wie die so Wartt haben wir hier am Wegpunkt muss jetzt da und GPS so gut ich habe natürlich hier immer schwerer nur eine Düse links und rechts Station aktuell ist es Ja, hier war das K, GPS, Neu, Station. Die eine können wir dann mal irgendwie weg machen, oder? Wir kriegen die weg. Löschen, Löschen, Neu. Name, Station. Mein Schiff ist halt natürlich extrem schnell, gell? Das muss man halt auch dazu sagen. Boom, Station. Wie schnell. Von der Geschwindigkeit her. Ist das 0-0-0 bei uns hier, oder? Nee, du musst aktuelle Position machen. Achso, sei vergessen zu schauen. Neu aus aktueller Position. Sei vergessen zu schauen, was für den Rohstoff wir am meisten brauchen. Boom, Station. sees大的 Schiff. So, 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 so. So, 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 so. Wir brauchen... Warten Silikon. Ja, okay Silikon brauchen wir nicht. Uhh. Ah, uuh, also... Alter, wie sich mein Schiff gedreht hat, ey. Gold. Woll ich denn noch machen? Ich wollte irgendwas noch machen. Ich werd kurz aufschreiben, na ja, solang wir mir eh nicht meine gehen, wir in die Zeit dann schau. gebrochen holten warum na jo sieben und haben wir schon wieder um ja und Magnesium Heide und Ende CO ist Kobold irgendwas man ich weiß aber nicht mehr was und ich weiß dass man auf einer Riener im Internet haben aber egal und Nicke also Gold, Magnesium, Kobold, Nickel sind mal wichtige Hochstoffe die wir brauchen Nickel am wichtigsten Nicke Eisen brauchen wir nicht Eisen haben wir noch ohne Menge Gold ist hier unten direkt da fahr ich direkt, gebe ich direkt mal ja Nicke ist auch da unten aber ich würde schon ein bisschen weiter weg fahren oder? mal, bis er kunden geht dachte ich mir jetzt auch da können wir auch machen welche Richtung oder wollen wir fliegen mal einfach irgendwo hin wie geht's dir vor? ich drücke mal den Kurs raus ich war ja bei den meisten war ich ja schon die hier in der Nähe waren deswegen das blöd na fliegen wir einfach mal, sagen wir mal ich fliege einfach in die Richtung dahin bis wir bei Minute 11 in der Aufnahme sind ja ich fliege einfach in die Richtung doch mal genau, bis wir bei Minute 11 in der Aufnahme sind so lange mal Station haben, reicht's jetzt wollte ich schon sagen, ich fliege dir da vorne, aber nein er kommt naja, 231 naja, du weißt jetzt nicht, wo ich bin, gell? doch, ich seh dich doch da oben ja, aber du hast ja kein ich hab ja keine Antenne drauf ja, aber ich seh dich doch ja, passt ja wohl, aber ich mein nur du musst halt dranbleiben an mir oh, das wird sehr schwer bei deiner Geschwindigkeit naja, ich kann nicht schneller, 202 ist das Maximum, was ich hab echt, warte, dann versuche ich mich auch mal einzupingen 202,9 hab ich da fehlt halt so ein Tempomat, gell? ich hab jetzt mal 204 gemacht also stimmt, ich kann ja z-drücken, dann hab ich die Geschwindigkeit dann haben wir die Geschwindigkeit, Energieverbrauch, 7,3% und so fliegen wir dahin im Weltall müssen uns unbedingt noch so einen zweiten kleinen Flitzer bauen naja nur zum Erkunden gehen aber dann fliegst du bei mir die ganze Zeit wie rum ist denn so rum fliegst du die große Düse ist oben ja, deswegen nur bis zu meinem Ding, wie sagt man das, so Begleitschifter ich bin ein Begleitschiss ja, unsere Eurofighter, unsere Super Eurofighter, gell? ja, die zwei hier uah sagen wir bald bremsen müssen, dann davon kommt schon der Meteorit ähm, hast gehört, jetzt muss ich irgendwie Planeten einführen also richtige Planeten äh wo du dann auch mit Planeten schön rumlaufen kannst und zu sagen, so wie halt bei Meledive-Engineer, also das heißt dann Medivh, Meledive, keine Ahnung wie es das nennt deswegen Meledive Meledive Meledive, keine Ahnung wie es das nennt, deswegen Meledive 10 Kilometer Durchmesser wohl wer hat 10 Kilometer Durchmesser sollte angeblich dann die Planeten haben hab ich gelesen hm, ob es so ist, weiß ich nicht da war coole Sache, was natürlich schon mal so richtig die Planeten auffinden könntest auf jeden Fall aber ich sollte natürlich nicht zu häufig sein, weil das wär scheiße so so, bis dahin ahhh, mal ein bisschen langsam, sonst zerschellt nämlich mein Flugzeug wieder davon an dem Ding ja, nicht mehr da, so, dann drehen wir uns um und haben mal Vollbremsung ja, ne, bei mir geht's mal gucken, was wir hier finden so, ich hab hier Uran bauen wir Uran naja, wenn ich grad vor an der Nase hab nehmen wir's mit hier oben noch irgendwie Uran, ja, ich hab auch Uran ey, du hol lieber innen die Sachen raus naja, ich muss aber erstmal innen hinkommen Platin hab ich, seh ich hier von aus Silber Silber Silberkunst, oh, ja, Silber haben wir aber relativ viel oder ne, ja Silber ist das SI, oder? Silizium oder ist das wieder was anderes ne, Silizium ist Silizium wie hab ich Platinium ja, Platinium weiß ich kann, ich hab aber gar nicht geschaut, ob wir es brauchen, aber das kann sie ja mitnehmen so, die Rohstoffe brauchen wir immer wieder an Eisen können wir auch noch ein bisschen mitnehmen, aber 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 Platinium ist irgendwie was baue ich eigentlich gerade ab, wahrscheinlich nix interessantes, gell da innen rein? Stein, ja da müsste ich mich ich bin auch so gut wo ich war da jetzt die ganze Zeit Stern auf, vor lauter Reden sind los hier haben wir Platinium, oder? Platinium auf, was ist jetzt los? hä? what the fuck ist jetzt passiert? was machst du denn schon wieder? ich glaube wir haben ein Schiff verloren wie? ich bin grad voll geruckelt und dann bin ich voll in Bayern rein ja mei gut, dass wir es vorhin noch leer gemacht haben ja, es lebt wohl noch war ein bisschen schaden, aber es geht was hat hab ich hier abschleppt, den ist dabei ja, fehlt ja, ja nicht mit meinem Superschiff hier oh, ich hab meine Hauptmache, meine große Turbine verloren äh, Dings nicht Turbine doch Turbine ein Antrieb ein Hauptantrieb sagt denn das Inventar so Platin Verbinder, das geht irgendwie alles in Verbinder von Bora ja, das ist das Problem, deswegen will ich die Verbinder immer deaktivieren meistens naja, schön ist das Schiff jetzt nicht mehr, aber ok ich wollte nie ein neues bauen kein Problem, kein Problem schwitz kein Wertex alles easy so, ich hab fast aus wie neu alles die Hauptsache ja, fahr mal voll der Ruckler und dann natürlich nur die Teile fliegen ja 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 das wäre sogar extrem schlecht gewesen wenn wir unser Schiff verloren hätten zumindest für mich weil wir haben noch keine Krankenstation auf unserer Dings, das heißt ich könnte nirgends spawnen dann außerdem ein Schiff wieder und das wäre aber blöd irgendwie ja man halt mal wieder ein neues Schiff und das möchte ich auch nicht ah, die Border gehen gut ab, dann machen wir schon so äh er speichert aber auch im Frachtcontainer irgendwie ja, bei der Dings wahrscheinlich schon voll ist der Verbinder, oder? und der Verbinder ist nicht so groß ja, also von da ist doch egal, wenn das dann eh ein Brasscontainer ausweichert ja, blöd ist nur wenn er in der Stationen Verbinder alles bei hat ja ja das stimmt wohl man, wie hab ich denn jetzt? Ich hab schon 65k von was? latinium 80k ok, dann tun wir lieber andere Sachen auch ich würde da ein bisschen außen rum fahren und das ein bisschen begutachten gut achten ja, ich bin auch unterwegs hier, grad ein bisschen umgucken uran weil ich hab meinen Erdsensor verloren glaub ich zumindest zeigt er mir kein Erdsensor mehr an ja, Erdsensor ist weg da ist ein bisschen mehr sogar weg da ist ein bisschen mehr sogar weg hier kann man ein bisschen reinfliegen da hab ich uranium, iron oh gott, oh gott, oh gott der Crash war nicht gut vorhin da ist wahrscheinlich uran ist, oder? da ist wahrscheinlich uran ist, oder? da ist wahrscheinlich uran ist, oder? oder? oder ne, es ist stein wo ist da müsste nur iran sein ist das jetzt innen, oder ist das außen? hier geht's rein ok hier haben wir iron iron iron, iron käse iron und uran iron krass ok mal schwö私 es ist zu stein nennen wir dann ein bisschen iron mit tuk 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 so viel über einen jungen Ecken und alles es ist auch gut dass das schon ein bisschen ergiebig ist was man so holen kann ja klar weil sonst würdest du es ja nur holen müssen zu sagen muss du oder was wir haben dann gar nichts weiter ich traue mich da nicht mehr zu zufahrt ich habe jetzt hier gerade die jungen wie soll man denn einstecken hier haben auch schon 53k weil das gibt mit dem Bohr aber richtig flucht Nickel Nickel ist sehr wichtig wo ist das? ist das hier? sehe ich nicht mehr ich habe keinen Ohrdetektor mehr ich flieg mal ich guck mal ob ich hier irgendwo hier ist Oran Silber Silber oder ist das so war? das mal jetzt noch mal oder Bomber es ist so schwer zu sehen wenn die Sonne draufblendet ist das ist Oran oder Stahl Mikkel das ist Oran das direkt die Raffinerie rein hier Nickel und Gold muss man dann auch noch schauen Gold ist nicht so extrem wichtig aber Niklas war fast gar nichts mehr noch mal knapp noch 100 Stück oder so da muss man auch erstmal Remy glaube auf dem Ding hier gibt es kein Nickel so ich fliege hier all zu rum hör mal auf dem anderen ich fliege mal weiter ja ich würde schön langsam Richtung nach Hause fliegen ich brauche länger jetzt ja dann fliege ich auch mal Richtung nach Hause und wenn ihr was zu reden auf dem Weg wollte ich gerade sagen macht einen Abstecher da direkt rechts zu einem ja ja so ist das meine Freunde wenn man sein Schiff zerlegt ja so ist das ja da flitzt der da Phil er lasst uns alleine ja ich gehe direkt mal zu dem nächstgelegenen wir müssten dann bei unserer Station dann so einen großen Hangar bauen wo wir auch große Schiffe bauen könnten den Hangar drin und reparieren und so ja wo man jetzt zum Beispiel wir müssten dann eh mal irgendwie noch einen Hangar bauen wo man Schiffe bauen ja das meinte ich ja oder ach ne den könnten wir ja eigentlich aha ich würde schon so einen Hangar bauen wo man dann die Schiffe drin baut beziehungsweise repariert und so so wie mein Schiff das man da jetzt rein fliegen könnte und dann repariert drin hmmm pass nur auf dass du nicht drauf knallst Dingo ach zu spät bist rein geknallt Dingo das zu spät aber ich hab zum Glück noch abgewendet so dass ich nur ein paar Triebwerke verloren hab ach gut dann können wir nach Hause fliegen also heißt in der nächsten Folge Schiff zusammenbauen ja reparieren zusammenbauen umbauen gut dann würde ich sagen wir werden nach Hause fliegen ich hab etwas länger noch wünsche euch viel Spaß bei anschauen und das bleibt abo kommentare Prozent Prozent eben hat er noch weißt du eben hat er mich noch ausgedacht und jetzt selbst nichts besser ne ausgelacht hab ich dich ja nicht ne ne insgesamt schon der Verbinder ist weg zwischen meinem Pohrmann Pohrmann na gut dann würde ich sagen in diesem Sinne Leute tschüss Odd Rhyme Juuu